Obwohl die Highlights des Mountainbikes noch nicht vorbei sind, bin ich hier schon im Bad am ersten Querrennen. Aber es ist immer cool, um die Schosse zu nutzen, um auch ein intensives Rennen zu fahren. Ich bin hier mit Golle unterwegs und mit den Tubeless-Radsets von Data Suisse, mit Raiffe von Schwalbe. Am Anfang hatte ich recht gute Bikes. Relativ schnell war ich in Top 10 und konnte mich dort halten. Das Ziel war, mich in Top 5 zu fahren, aber am Schluss mit dem 9. Rang bin ich extrem zufrieden. Und das erste Mal, als ich an einem internationalen Querren Top 10 fahre.